Hallo Leute, wir sind in einer Folge, wo wir jetzt gerade schauen wollen, dass wir die Missionen erfolgreich machen, also Unterkunft, das ist dieses hier, Feldunterkunft haben wir und dann brauchen wir eine Landeplattform, das ist jetzt unser nächstes Ziel, da müssen wir schauen, dass wir Ressourcen dafür kriegen, um die zu bauen, vielleicht brauchen wir auch einen Drucker, weiß ich gar nicht, wo wir das bauen können, machen wir alles nach dem Intro, bis gleich. So, dann schauen wir doch mal, ist das jetzt ein Drucker, wo wir ein mittelgroßer Drucker, ne, ich glaube im mittelgroßen Grund, da ging das nicht, oder? Wir können ja mal gucken, was haben wir in der Forschungskammer wollen wir hier haben, Gemisch und Harz. Gemisch brauchen wir da auf jeden Fall, sollten wir auch definitiv tun, meines Erachtens, ne. Exo-Auftragsplattform, Handelsplattform, Große Plattform, Große Plattform, Großer Wetterplattform, Buggy, Großer Drucker, Schmelzofen, Herz-Interfigur, Chemielabor, Forschungskammer, Exo-Auftragsplattform. Nee, ist dann Handelsplattform, nee, nee, das ist jetzt hier dann nicht drin, aber warte, Großer Drucker war da drin, oder? Den brauchen wir ja wohl, äh, Entsperren, super, oder? Großer Drucker brauchen wir drei Gemisch, das heißt, wir müssen uns jetzt Gemisch besorgen, wenn wir den großen Drucker machen können, oder? Haben wir den doch hier schon gebaut. Ach, hier steht er doch, oder? Oder? Da ist doch der große Drucker, genau so ist es. Genau so ist es, Unterkunft, ja, brauchen wir nicht. Kleine Shuttle, brauchen wir nicht. Unterkunft. Ah, die Plattform gibt es hier noch gar nicht. Das ist jetzt gerade doof, oder? Großen Drucker brauchen wir nicht machen. Aber wir brauchen trotzdem Gemisch für das, was wir dann noch basteln wollten. Auftragsplattform, oder haben wir die gar nicht erforscht? Mittelgroßes Lager. Arbeitslicht, Blutlicht, Dynamit, mittelgroßer Drucker, Sauerstoffmacher, mittlerer Schreddler, mittlerer Ressourcenkanister, Stromverlängerung. Verteiler, mittelgroßer Generator, mittelgroße Säure, mittelgroße Plattform. Ich glaube, jetzt sind wir durch, oder? Ja. Okay. Habe ich gerade keinen Schimmer davon. Wo wir die bauen, die Plattform. Die Landeplattform. Auf Silvia war die ja von Anfang an da. Mittelgroßer Drucker. Forschung. Ist definitiv vielleicht noch gar nicht fertig. Okay. Feststoff-Schwurm-Boost. Ja, wir haben über Bord. Ne, da war das nicht bei. Geländeanalyzator. Der wäre zum Beispiel auch cool, ne? Die Punkte fehlen uns gerade noch so knapp. Feuerwerk? Ne. Rohrer-Anpassung. Ist das? Schmale Anpassung. Ne, die will ich jetzt nicht haben. Ich glaube, das ist erstmal alles hier. Tragbauer Sauerstoffmacher. Ne. Ist da jedenfalls nicht drin. Mittelgroßer Drucker. Feldunterkunft. Feldunterkunft. Ne. Wo finde ich jetzt hier diese Plattform? Silolager? Ne. Das ist alles für das Bohrwerkzeug. Fehlersucher. Bahnpfeiler-Paket. Bahnkreuzungspaket. Ne. Jetzt müsste man wissen, wo dieses tolle Teil ist, ne? Doch hier. Alles Plattform, aber nicht die richtige. Lokomotive. Lokomotive. Waggon. Freizeitkugel. Jetzt sagt nicht, dass es hier dran ist. Solarstromanlager. Windturbine. Wo ist Arova? Landeplattform. Da ist er. Die können wir auch schon bauen. Gemacht. Gemacht. Getan. So, jetzt müssen wir sie nur bauen. Ich hoffe, das ist beim großen Drucker jetzt zu finden. Das ist ja eine große Forschungsgeschichte gewesen. Da muss es doch hier jetzt auch drunter sein, oder? Ich hoffe es, dass ich das so verstehe. Landeplattform. Aluminium und Keramik. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir hier Keramik haben. Laterite haben wir hier doch gefunden, ne? Ist das Aluminium? Ja. Jetzt müssen wir noch Keramik haben. Und Keramik ging aus Erde, oder? Da ist Wolfram. Ist das auch Wolfram? Ja. Das heißt, Keramik liegt hier wahrscheinlich gar nicht, ne? Das müssten wir jetzt woanders wegholen, oder wie ist das? Da ist noch so eine Kapsel. Sollten wir mal gucken, dass wir da hinkommen. Lauf doch mal hier gerade runter. Und buddel da mal ein Loch durch, oder? Das ist ja nicht weit, ne? Mal gerade so geklappt. Region Krater und das. Kohlenstoff, Grundstoff ist gefragt, okay. Jetzt mal schnell zurück, dass wir wieder Luft kriegen. Kohlenstoff, Grundstoff. Brauchen wir das dann, oder? Kohlenstoff lacht doch hier rum, oder? Kohlenstoff. Kann ich hier runter gehen, dann passiert mir nichts. Sieht gut aus, oder? Und jetzt? Ich hab's dran da gesetzt, aber es bringt nichts. Wie sieht das Ding aus? So, ich muss aber erst an Sauerstoff, hat dann das keinen Sinn. Muss ich gerade mir angucken, was das ist. Was war das denn hier? Ressourcen. Sehe ich das Symbol hier irgendwo? Habe ich schon übersehen? Gummi, nee. Gummi war das nicht. Hä? Das war's auch nicht. Kohlenstoff sieht so aus, das ist falsch. Zink war's auch nicht. Das kann doch nicht sein, oder? Hier, das ist es. Zinkblende will er haben. Aber die habe ich jetzt wahrscheinlich nicht hier, oder? Lass ich gucken. Kohlenstoff war falsch. Aber Zinkblende hatten wir auf jeden Fall da unten irgendwo. Hier ist nur Grafit. Liegt hier noch irgendwas neben? Was war das gerade? Aluminium. Na super. Kohlenstoff. Ammonium. Ist hier nicht. Zinkblende. Hier sind wir falsch abgebogen. Na super, das hat gut geklappt jetzt hier. Dann haben wir den Harz hier rausgeholt und haben uns aber hier unsere Rampe kaputt gemacht, die da rüber geht. Da ist auch gar nicht so ein Teil mehr, oder? Okay, das heißt, wir müssen hier gerade was bauen. So kommen wir rüber, ne? So kommen wir rüber, ne? Ja. Aber der Sauerstoff passt hier noch nicht. kriege ich den ein bisschen näher gezogen und das reicht. Okay, dann gehen wir mal schnell runter, aber ich glaube, hier gab es die Zinkblende. Hier musste ich nur aufpassen, oder? Oder? Aber eigentlich nicht. War die nicht gleich hier vorne irgendwo? Das war ja... Wolframet. Da war das Laterid. War nicht auch hier irgendwo an der Wand Zinkblende? Laterid. Ich habe doch die Zinkblende hier auch gehabt, oder? Wo war die? Das ist alles Wolframet. Oder ging das doch noch tiefer? War das hier runter? Okay. Ich glaube, hier war das nicht. Wir sterben? Nein, wir sind nicht gestorben. Wir haben auch noch Sauerstoff. Zum Glück, ey. Da kommt das Grüne. Toll, das hat gut geklappt, ne? Hat er mich verletzt? Deine Zinkblende. Komme ich da auch hin? Die sind ja auch so komisch. Tun die mir auch Aua machen. Da hinten ist die Zinkblende. Jetzt muss ich hier erst was abbauen, oder? Komme ich hier vorbei, ja. Da ist die Zinkblende. Jetzt ist hier Sauerstoff, ne? Ja. Ja. Da gibt's ein paar Diensten. Das ist die Zinkblende. Da gibt's jetzt hier ein paar debuggerliche Diensten. Da ist hier ein bisschen der Zinkblende. Das ist hier. Da gibt's auch ein paar Dienste, oder so oder so. Also ist das. Da gibt's auch ein paar Dienste. Und dann gibt's noch mal ein paar. Hier werde ich jetzt auch. Da gibt es noch mehr 10 Blender. Jetzt hat er gejingelt, ich weiß nicht warum. Ah, ist voll. Okay, gehen wir zurück. Ah, jetzt komme ich hier wieder nicht hoch. Wetten. Äh, ja. Heckzeug raus. Und, äh, umschalten. Und hochgehen einfach, gut. Jetzt weiß ich nicht, wo das Ding ist, ist aber jetzt auch nicht schlimm, weil ich werde jetzt hochgehen. Zack. Schneller, hier ist irgendwo wieder so ein tolles Ding. Keine Ahnung, wo der ist. Ich will auch nichts mit dem zu tun haben gerade, weil das ist nicht so doll. Dieser grüne Staub. Okay. Jetzt sind wir, glaube ich, schon in der einen Etage wieder, ne? Stopp, da muss es lang. Sind wir da noch nicht, geht noch mehr weiter hoch, aber jetzt ist hier das... Ja, jetzt ist das da. Gut, Ziegeblende haben wir jetzt. Falsche Taste sehe ich gerade, habe ich gedrückt. Nein, da sind wir falsch, da ist das Literat. Wir müssen da hoch. Was war das da hinten? Quarz, okay. Ah, Quarz brauchen wir mal für Dingens, ne? Sag schon. Für, äh, Sand. Und Sand ergibt Keramik wahrscheinlich, oder? Bin mir jetzt aber nicht sicher. Lass mal gucken. Weiß ich jetzt aber nicht. Wir machen jetzt erstmal die Zinkblende. Jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir hier nicht abstürzen, wo wir die Löcher gebohrt haben. Okay, gerade so gerettet. Wo mussten wir runter? Hier rechts, ne? Ich glaube, dieses grüne Ding, das brauchen wir auch noch, ne? Guck mal, der hat jetzt hier auch gerade so schick. Rot geblendet, äh, geleuchtet. Haben wir gesagt, dass das falsch ist. Rucksack. Zinkblender. Forschungsgegenstand, so ein großer. Krass. Aber hier gibt es noch viele Punkte für. So, der Forschungsgegenstand muss dann mit. Da ist der Sauerstoffmacher drin, ne? Das ist noch eine Düse. Ne, brauche ich jetzt nicht. Wir bräuchten jetzt so einen Verpacker. Haben wir den im Rucksack? Ne, ne? Erde. Wustanpassung. Ne. Aber hier ist noch ein QRTG. Achso, das hatten wir da oben dran, ne? Wenn ich das hier hinstelle, ist das aber nicht angeschlossen, ne? Ne, dann bringt das mir hier nichts. Dann nimmt es gerade mit hoch. Und wir schließen das hier oben an. Hier können wir das hinstellen. Dann haben wir hier erstmal dauerhaft ne Stromversorgung. Gut, okay. Jetzt müssen wir noch einen Verpacker bauen. Sauerstofftank, Energiezahlen. Ne, das war doch hier am Ding jetzt auch, ne, oder? Leuchtstäbe, Verpacker. Da ist er. Was brauchen wir? Grafit. Grafit haben wir hier. Das ist schon mal etwas. So. Verpacker haben wir. Das bedeutet, wir gehen jetzt da runter. Verpacken die Forschungsprobe. Und dann sehen wir weiter, oder? Packen. So, das Ganze kann erstmal in den Rucksack. Dann gehen wir hoch, machen das Ding ins Ladung. Fertig. Und dann könnte es sein, dass wir schon zurückfliegen. Weiß ich aber noch nicht. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glotte geankriegt, damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.